Lektionen in schwierigen Zeiten Die Krise zwang David, seine wahren Freunde anzuerkennen Der Mann hatte fälschlicherweise angenommen, dass alle Menschen ihn liebten, bis sein eigener Sohn ihn absetzte und seine Mitarbeiter ihm folgten. Während David seinem Sohn Absalom entkam, rief ein bemerkenswerter Mann namens Shimei den Mut auf, sein wahres Gesicht zu zeigen. Er verfluchte David ins Gesicht und beschimpfte ihn auch mit Staub und Stein, um seiner Unzufriedenheit gegenüber seiner Regierung Ausdruck zu verleihen. Die Schrift berichtet, als nun König David nach Bahurem kam, gab es einen Mann aus der Familie des Hauses Sol, dessen Name Shimei war, der Sohn von Gera von dort kommend. Er kam heraus und fluchte ununterbrochen, während er kam. Und er warf Steine auf David und auf alle Knechte des Königs David. Und das ganze Volk und alle Mächtigen waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken, und er warf Steine auf David und alle Knechte Davids. Auch Shimei sagte so, als er fluchte, komm heraus. Kommt heraus! Du blutrünstiger Mann, du Schurke! Der Heer hat das ganze Blut des Hauses Sol, an dessen Stelle du geherrscht hast, über dich gebracht, und der Heer hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Nun bist du also in deinem eigenen Übel gefangen, denn du bist ein blutrünstiger Mann. 2. Samuel 16, 5-8 Zwar entschuldigte sich Shimei später, aber die Lektion ist bereits gelernt. 2. Samuel 19, 18-20 Lektion, im Leben geht es um Lernen und Kinder Gottes sollten versuchen, aus jeder Situation, die sie erleben, zu lernen. Gott bedrängt niemanden, aber er lässt seine Kinder manchmal durch schwierige Situationen gehen, sodass sie einige notwendige Lektionen lernen können, die sie lieber vermeiden würden. Gott lehrt Lektionen in Bedrängnis, und er benutzt unbequeme Situationen, um unsere losen Enden zu versteifen. Deshalb sollten wir Christen versuchen, aus jeder Situation, die auf uns zukommt, zu lernen. Wir sollten lernen, wie wir Gottes Stimme in der Bedrängnis deuten können, und wir sollten lernen, zuzuhören und nachzugeben. Je nach Situation müssen wir vielleicht nicht unbedingt nach einer schnellen Lösung suchen, bis wir genug gelernt haben. Es besteht kein Zweifel, dass Gott unsere Leiden zum Triumph machen wird, wenn wir genug gelernt haben. Der Schöpfer wird uns sicherlich helfen, jede Krise zu überwinden, mit der wir konfrontiert sind, und er wird jeden Augenblick der Bedrängnis nutzen. Um unseren Charakter und unser Vertrauen zu stärken, er wird uns in ein scharfes Instrument verwandeln, das seiner Ehre würdig ist. Das Gebet, lieber Gott, bitte lehre mich jede Lektion, die ich lernen muss. Hilf mir, angemessen auf das Training zu reagieren, und nutze jede Herausforderung, vor der ich stehe, um meinen Charakter und mein Selbstvertrauen zu stärken, damit ich für deine Ehre fit werde. Verwandle jede Situation, die der Feind für das Böse bestimmt hat, in meine Güte. Trainieren und verfeinern sie ihre Gnade in meinem Leben, damit ich in diesem Leben wohlhabend werden kann, und auch für ihr Reich. Denn im Namen Jesu Christi spreche ich meine Bitten aus. Im Namen Jesu Christi erhebe ich meine Bitten.